Oh, hallo, ja, wie ihr euch jetzt sehen könnt, sind wir wieder im Sydney, sind gerade bei Perry & Marquardt zu Hause, gibt jetzt gleich Abendbrot, genießen gerade noch ein bisschen den schönen Abend, waren bis gerade eben auf dem Rundkühlenruhe, ja, wir wollten euch eigentlich nur noch zeigen, dass wir gestern schönes gemacht haben, aber dadurch, dass wir frei hatten, sind wir von Indymo zum Seelwalk gefahren, das ist ungefähr anderthalb Stunden entfernt und haben wir auf der Strecke einige schöne Strände mitgenommen, die wir euch jetzt festhalten haben. Viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018